Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide für Sons of the Forest für die liebe Virginia. Ja, euch ist es vielleicht das ein oder andere Mal passiert, dass die liebe Virginia irgendwo in eine Mobgruppe reingelaufen ist und ein Axtschwung oder mit irgendeiner anderen Waffe leider Gottes statt den Gegner die liebe Virginia getroffen hat und ihr sie damit getötet habt. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie Virginia permanent sterben kann, indem ihr sie als Spieler tötet. Also sprich, eingeboren oder so, die sie mal schlagen, können sie nicht endgültig töten, sondern einfach mal immer nur umschlagen. Wie bekommt ihr das jetzt wieder hin, dass ihr die gute Virginia wiederbeleben könnt? Dazu müsst ihr zwei Dateien editieren. Ich werde euch mal ganz kurz den Pfad zeigen. Ursprünglich immer mal zu finden auf Laufwerk C. Das sollte bei euch auch so sein. In der Regel werden die entsprechenden Dateien immer auf Laufwerk C abgelegt. Im Ordner Benutzer, Anwender, App-Data. Hier ist ganz wichtig, ihr müsst die Option für versteckte Ordner aktiviert haben. Also sprich, dass versteckte Ordner angezeigt werden. Denn sonst wird es wahrscheinlich passieren, dass ihr den Ordner App-Data nicht finden werdet. Wenn ihr das aber erhabt und seid beim Ordner App-Data, geht ihr auf Local Low. Dort findet ihr das Verzeichnis des Publishers, nämlich Endnight. Dann den Unterordner Sons of the Forest. Da gibt es einen Ordner für Save-Games, der dann auch Saves heißt. Und da werdet ihr, je nachdem wie viele Save-Games ihr schon angelegt habt, verschiedene Ordner finden mit solchen merkwürdigen Zahlenkombinationen. Da muss ich jetzt dazu sagen, da müsst ihr selber schauen, welcher Spielstand bei euch dann der entsprechende Spielstand ist, den ihr editieren wollt. Wie gesagt, wenn ihr mehrere habt, wird es da mehrere geben. Da müsst ihr euch dann selber mal ein bisschen durchfuchsen. Wenn ihr den richtigen Punkt gefunden habt, werdet ihr einen weiteren Ordner für Singleplayer und für Multiplayer finden. In dem Fall, ihr werdet für Singleplayer den Ordner auswählen. Und da werdet ihr das gleiche auch nochmal haben, je nachdem wie viele Save-Games ihr angelegt habt, werdet ihr auch dort wieder Verzeichnete in solch einer Zahlenkombination finden. Je nachdem, wie gesagt, welchen Save-Game ihr editieren wollt, geht ihr dann in den entsprechenden Ordner. Und da werdet ihr diese Übersichtsstruktur finden. Das sind alle Dateien, die ihr für euren Save-Game dort vorhanden habt. Und der erste, den wir für unsere Editierungsvorgänge brauchen, ist der Ordner GameStateSavedata. Da muss ich ganz kurz gucken. Das ist dieser hier. Den müsst ihr öffnen, einfach mit einem Texteditor. Und dann müsst ihr hier oben mal schauen. Hier werden dann verschiedene Parameter aufgelistet und da werden zwei angezeigt. Einmal ist RobbyDead. Robby, das ist unser guter Kelvin. Der heißt hier an den Dateien ein bisschen anders. Wie gesagt, heißt hier Robby. Und hier haben wir den Abschnitt für unsere gute Virginia. Und dieser Parameter ist der erste, den ihr abändern müsst. Wenn euch Virginia wirklich permanent gestorben sein solltet, also sprich, ihr sie nicht im Spiel wieder aufheben könnt, dann dürfte hier stehen True. Also sprich, ist Virginia dead true. True steht dann dafür, sie ist tot. True müsst ihr dann abändern, in dem Fall auf False. So wie es hier steht. Einfach überschreiben. Wichtig, die Dateien, die ihr ändert, dürfen nicht im Schreibgeschützmodus sein. Denn sonst, wenn ihr auf Speichern klickt, werden die Änderungen nicht übernommen werden. Wie gesagt, in dem Fall ändert ihr es auf False. Das bedeutet, dass ihr im Register weiß, okay, in diesem Spielstand soll Virginia noch leben. Das ist der erste Punkt, den ihr abändern müsst. Dann gibt es eine zweite Datei. Das ist die sogenannte Save Data JSON Datei. Hier wird es ein bisschen tricky. Die müsst ihr auch erst mal öffnen. Und da werdet ihr sehen, ist ein riesiger Kauderwelsch an verschiedenen Parametern, an Zahlen, Codes, alles Mögliche. Wie findet ihr jetzt die Zahlen oder die Zeilen, die ihr abändern müsst? Ganz einfach, ihr geht auf Bearbeiten, geht auf Suchen. Und hier müsst ihr folgenden Parameter eingeben. Type ID Backslash Anführungszeichen Doppelpunkt 10. So wie es hier steht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Type ID, dann das I groß, aber zusammengeschrieben. Backslash Anführungszeichen oben Doppelpunkt 10. Der Parameter 10 bezieht sich hierauf auf die gute Virginia. Type ID Slash Anführungszeichen Doppelpunkt 9 wäre für Kelvin. Da habe ich bei mir auf dem Channel schon einen separaten Guide. Wenn euch der gute Kelvin mal umkippen sollte oder sterben sollte und ihr ihn nicht mehr aufheben könnt, den entsprechenden Wiederbelebungsguide findet ihr auch schon auf meinem Channel. So, wenn ihr diesen Parameter eingegeben habt, geht ihr einfach auf Suchen. Wir müssen jetzt hier ganz kurz nochmal gucken, weil ich jetzt hier nochmal schon mal ausprobiert hatte. So, das ist der erste Parameter, der euch angezeigt wird. Geht von oben nach unten, ganz normal die Zeilen durch. Was für uns jetzt wichtig ist, sind zwei Parameter, die kurz nach diesem ersten Eintrag von Type ID 10 kommen werden. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das scrollen wir einfach mal durch, bis wir den entsprechenden Parameter finden. Hier ist der Parameter, den wir suchen. Anführungszeichen State Slash Anführungszeichen Doppelpunkt 2. Wenn eure Virginia gestorben ist, wird dieser Parameter bei euch anders aussehen, nämlich Doppelpunkt 6. Hinter der 6 verbirgt sich Tod, also 0 Lebenspunkte und nicht wiederbelebbar. Diese 6 müsst ihr dann mit einer 2 überschreiben. Also ihr markiert einfach die 6 und tippt eine 2. 2 bedeutet in dem Fall, sie lebt noch. Das ist ganz wichtig. Sie lebt und ist wiederbelebbar. Das Einzige, was ihr danach noch abändern müsst, müsst ihr hier ein klein bisschen weiter scrollen. Es ist ebenfalls in der gleichen Zeile. Da kommen wir hier zu Stats. Und da wird hier bei dem Parameter Health, wird bei euch 0.0 stehen. Bedeutet ganz einfach, sie ist tot und hat nicht einen Lebenspunkt mehr. Um sie jetzt endgültig wiederzubeleben, müsst ihr diesen Parameter 0.0 hinter Health, auch in Anführungszeichen Doppelpunkt, müsst ihr 100 eingeben. Das bedeutet, die gute Virginia spawnt in eurem Safe-Game, wenn ihr den dann erneut lädt, spawnt die gute Virginia mit 100% Lebenspunkten wieder. Ein Punkt, den ich euch noch erwähnen möchte, der ist mir nämlich aufgefallen, als ich den Guide gemacht habe, um Kelvin wiederzubeleben. Wenn ihr hier das auf 100 umgeändert habt, wichtig auch hier, die Datei darf nicht im Schreibgeschützmodus sein, denn sonst könnt ihr das nicht speichern. Und ihr nur die 100 bei Lebenspunkte eingestellt habt. Und ihr ladet diesen Spielstand. Und ihr solltet feststellen, dass die gute Virginia trotzdem nicht respawnt. Kann es daran liegen, dass ihr hier bei Anger und bei 4 ebenfalls noch aus der 0 eine 100 machen müsst. Das habe ich in meinem Guide für den guten Kelvin nämlich auch gemacht. Und da hat es dann bei mir im Spiel auch funktioniert. Und Kelvin ist wieder respawnt. Wie gesagt, bloß noch mal ganz kurz zur Information. Ihr sucht nach Type-ID 10. Die 10 steht für die gute Virginia, hier im Editierungsverfahren. In der gleichen Zeile müsst ihr ein bisschen durchscrollen, bis ihr zu dem Punkt State slash Doppelpunkt 6 kommt. 6 steht für tot. Die 6 ändert ihr um in die 2. Die 2 steht für lebendig. Und für wiederbelebbar. Dann scrollt ihr noch ein klein bisschen weiter, bis ihr zu dem Parameter Health kommt. Der ist im Totenzustand bei eurem Spielstand 0.0. Was auch sein könnte, statt 0.0 könnte NAN drinne stehen. Also NAN. Was auch immer das heißt, fragt mich nicht. Aber es ist ein Parameter, der den gleichen Effekt hat wie 0.0. Sollte das bei Anger und bei 4 drinne stehen und ihr ladet den Spielstand, wie gesagt, und die gute Virginia ist immer noch nicht da, dann wie gesagt ändert die Parameter bei Anger und bei 4. Egal, ob da jetzt 0.0 steht oder NAN drinne steht, ändert den dann wie gesagt auch auf 100.0. Abspeichern. Und wenn ihr das dann gespeichert habt, könnt ihr ganz normal ins Spiel wieder gehen und eure Virginia sollte wieder rumlaufen. Wo auch immer meine jetzt langgelaufen ist, die wird hier irgendwo rumwandern. Aber das sind die Schritte, die ihr machen müsst, um Virginia wiederzubeleben, sollte sie euch wie gesagt einmal permanent aus Versehen gestorben sein. Solltet ihr weitere Fragen haben oder sollte irgendwas beim Save-Game-Editieren bei euch nicht funktionieren, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde euch dann noch ein paar Tipps geben, was ihr vielleicht übersehen haben könnt oder woran es liegen könnte, dass es vielleicht noch nicht funktioniert hat. Da finden wir eine gemeinsame Lösung. Ansonsten gerne Däumchen drücken, gerne ein Abo da lassen für jede Menge weiteren Content, auch für Sons of the Forest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, schön gesund bleiben und viel Spaß bei Sons of the Forest. Macht gut und ciao, ciao.